das von außen das ist am ausloten ist er eigentlich eher zu? oder eher nicht? ich wenn er abgetrieben wird, fisch ich ihn raus halt halt so oh oh gut steht nichts ja das sind Aufnahmen ja super boah du kannst doch so tief, hast du gesagt ja ich muss ja nicht alles direkt ausreißen boah aber ganz langsam rein ist gar nicht zu tief da geht doch da geht doch mal kurz Wasser bei der Haube ja ja da hatte ich schon fünfmal jetzt mal weiter gefahren, wenn nichts passiert haben konnte weiterfahren nein von an der Ecke da sind wir wohl Bombenaufnahmen können sich die Amisa nur verstecken ja das ist ja das funktioniert das funktioniert das ist ja hier weiter runter hier ganz hoch hier oder hier durchs Loch hier hier ist hier 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 Denkst du nicht mehr, du kannst die Gitarren nicht helfen, aber die nichts zu sehen. Tja, jetzt wieder umgekehrt hoch. Muss der denn mitten durchs Wasser, kannst ja eine gute Spur suchen. Gibt es schon, wo schon heute ab ist, oder? Ja. Ab und zu mal rückwärts fahren. Das hilft. Servo. Ja. 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 Der sieht hammermäßig aus. Der zieht sich weg, dass er genau dies vor den Händen stöhnt. Geht er wieder? ich bin natürlich schon tiefer hop da zwischendurch kommt